Kein Wölkchen zu sehen, also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht. Bumlowski! Da flirtet der Ball noch mit dem linken Pfosten. Eie, aber kann man das Tor nicht verfehlen, er wollte es zu genau machen. Ab nach vorn und hoffen. Hart, aber fair. Das Team versucht mit Kombinationen da durchzukommen. Gaeta. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch an. So viel Leidenschaft drin in der Anfangsphase, die gehen hier voll drauf. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Es geht über links. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Ja, das muss man schon abpfeifen. Aus der Entfernung ist echt was möglich. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Und den hat er. Da ist gut hochgegangen. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Es war eine klasse Aktion von ihm, aber am Ende belohnt er sich nicht mit dem Treffer. Weißer. Richtig gutes Stellungsspiel. Den will er ganz vorne rein spielen. Und über die Seite. Bekommt er den? Ja, richtig starker Laufweg. Wie er sich hochschraubt. Ui, weiter neben. Weißer. Geht er. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. So viel Leidenschaft drin in der Anfangsphase, die gehen hier voll drauf. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Es geht über links. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Ja, das muss man schon abpfeifen. Aus der Entfernung ist echt was möglich. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Den hat er. Da ist gut hochgegangen. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Es war eine klasse Aktion von ihm, aber am Ende belohnt er sich nicht mit dem Treffer. Weißer. Richtig gutes Stellungsspiel. Den will er ganz vorne reinspielen. Und über die Seite bekommt er den. Gator. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. So viel Leidenschaft drin in der Anfangsphase, die gehen hier voll drauf. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Es geht über links. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Ja, das muss man schon abpfeifen. Aus der Entfernung ist echt was möglich. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Den hat er. Da ist gut hochgegangen. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Es war eine klasse Aktion von ihm, aber am Ende belohnt er sich nicht mit dem Treffer. Weiser. Richtig gutes Stellungsspiel. Dem will er ganz vorne rein spielen. Und über die Seite. Bekommt er den? Ja, richtig starker Laufweg. Wie hat er sich hochschraubt? Ui, weiter neben. Weiser. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Wie lange lässt der unparteiische nachspielen? Poveda. Wie lange lässt. Vielen Dank.